Spiel ich gegen Teezy? Ich bin gegen Teezy Schuhbech. Wir haben erst mal gewonnen. Wir spielen gegen Eldos. Das ist doch Eldos, oder? Oder warum war das auf einmal im Finale? Einfach gegen Eldos, oder? HALAND! HALAND! Super, Mann! Ich merke direkt, wie Eldos spielt. So hyperaktiv vorne. Das ist so schwer zu verteidigen. Er macht Sachen. Check ich noch gar nicht, Alter. Was ist das denn? HALAND! HALAND! Der Mann ist geil, Alter! Aha, wer ist denn hier? Wer ist denn hier, Manners? Oh! Ich weiß nicht, was man fiegt! Der war stark! Der war stark! Ich muss echt sagen, ich habe gerade sehr stark Probleme. Sehr stark Probleme, Mann! Ich komme nicht raus! Wie ist das? Er wurde durch lustig niemanden verstanden. Das ist irgendwo eher eine andere 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 andere. W TP! Oh! Wie lange gemeinsam, presupadieren! Acc Municipal durch THIS Und Ich habe gerade Back-to-Back im Finale des Drafts verloren. Ich habe 3-0 geführt und auf einmal lief gar nichts mehr bei mir. Aber GG ist natürlich, ne? GG ist natürlich. Ich habe einfach zu schlecht gespielt. Er hat eine 85. Ich nehme nochmal die hier, die war gut. Ui. Ui. Dörling als Sub nehmen wir mit. Junge, ich habe nur Stürmer als Sub, ne? Der hat 70 Tempo, der hat 64 Tempo. So gebrochen halt. Ich will einmal gewinnen, dann ist alles gut. Mal gewinnen. Ich bin gegen Teasys. Ich bin gegen Teasys. Ich bin gegen Teasys schummisch. Ey! Lass mich doch mal drum spielen, Digga. Ich spiele im ersten Draft gegen Payne. Im zweiten Draft gegen Eldos. Im dritten Draft jetzt im ersten Spiel gegen Teasys. Wahnsinn. Die sind gut. Die sind gut. Wie weit, Mann, Digga. Das ist ja voll schwer gegen zwei zu spielen. Ich habe ein Problem mit meinen E-Post. Der hat 64 Tempo. Lass die Teasys gewinnen. Wie gut. Was für Lass die gewinnen? Was für Lass die gewinnen? Aber die sind echt gut. Ich, ich, ich meine das ernst. Man merkt jetzt, wenn du gegen zwei Leute spielst, die Pifa spielen können. Das ist echt schwer. Also ich habe echt Probleme gerade. Ich verfolge die nicht privat, aber... Wir sind gute Jungs. Wir sind gute Jungs. Ich komme auch nicht richtig. Danke auf jeden Fall für den Willen. Danke, danke, danke. 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 Dankeак去 unnecessary. Was passiert? Die wurden die ganze Zeit voll gespammed. Ich würde sagen, ich hätte das Spiel verloren. Warum gibt es solche Leute, die die Leute nerven Alten? Hast du Glück? Ich habe echt Glück. Die hätten wahrscheinlich gegen mich gewonnen. Das aber, man kann nicht mal DG sagen, weil, oder was das ja, die haben einfach, die wurden rausgeegelt durch manche Leute, die genervt haben. Das tut mir natürlich mega leid, also, ich hätte das Spiel wahrscheinlich verloren. Guck mal, was ich bekomme. Also, das ist illegal. Egal, wen soll ich den nehmen, Digger, Fergie Buskes verwitzelt, oder einfach den hier als Sub, ich fass es nicht, was ein schlechtes Draft, ne. Oh, Mohammed, Mohammed, Rigi. Und dann kommen alle, und Rigi. You got it! Woogie woogie! Oh mein Gott! Er hat 6,3k Zuschauer, der Eis ist krank, gg´s, gg´s vorhin, ey wir haben gewonnen erst mal? Nein! Gewonnen denn so? Das war's für heute!